hey leute was geht onkel mo wieder hier am start ich grüße euch ganz herzlich ja leute ihr seht es richtig wir brauchen noch zwei games für die 88.000 unglaublich wir wirklich sehr schnell gepusht ja dank winning streak war das echt möglich luki wieder fett am carrying er ist am start er hilft mir auf 88k und hyra ja ich habe charlie noch nicht auf rang 35 hier muss ich so da so pushen ich kann dir wissen helfen der ehrenmann ist auch am start ich würde mich freuen wenn ihr jetzt schon mal ein like da lässt und ganz wichtig leute ihr müsst mich nicht abonnieren aber ich würde mich freuen echt wenn ihr den link luki abonniert der grund ist einfach der ist einfach gut in dem spiel der talent muss man fördern ja da muss man wirklich den kollegen supporten unterstützen ja der soll auch ein bisschen brötchen verstehen verdienen er wollte ausbildung machen als elektriker jetzt versucht der youtube zu machen seine brötchen zu verdienen in der schule war ja wohl nicht so gut deswegen supporten wir den jetzt hier ich bedanke mich schon mal wenn ihr bei luki ein abo da gelassen hat und wenn ihr bock habt und wenn ihr sagt mo oder kanal gefällt mir könnt ihr auch hier gerne ein abo da lassen wir gehen zum ersten game und in zwei games let's go so es geht los wir sind im ersten spiel ja also luke ich gehe hier rechts oder links ok ok leute luke gibt mir mal den befehl wo ich spiele welchen erst pro scoola müssen wir natürlich hören ich denke ich habe keinen gadget mehr ja aber wir haben das tor das ist schon mal gut wenn man ein tor hat ist mal ein vorteil wir machen kann man kann druck auf den gegner machen muss jetzt nur aufpassen aufgehen wo ist jemand bei den man kann nun können wünschen aber nein ich könnte jetzt druck machen ich versuche die links zu kennen ich habe da bin ich mir raus und raus hängen hat super ich bin tot sein wird wahrscheinlich ja wir sind alle recht okay jemand rechts und die charlie ist da ich habe mich jetzt nicht rot habe ich nicht gesehen ok ja und 1 1 1 1 kommt jetzt sehr gut sehr gut ich gebe es in form weil ich mich kriegen soll okay wir werden die leute werden werden wenn wir es dann können sehr sehr gut ja sehr sehr gut okay sogar star spieler so und janet ist auch 1208 wie das aussieht ja sie macht sich 1.996 trophäen ja die kommen am besten ist global platz 45 wahnsinn in deutschland sind wir platz hier ganz wichtig sniper der ist auch gerade im call der ist gerade auf platz 1 in deutschland ja wir werden mit dem lieben sniper ich grüße dich hallo bist du noch da ja klar leute sniper ist noch da sniper pusht auf die 100k und der pustel verrückter also ich habe nur das bei hyra gesehen und bei physik gesehen und der typ ist auch krass kurze frage an dich wie viel hast du eigentlich gepusht in einem monat wie viel trophäen in einem monat also ich sag mal so vom ersten januar bis jetzt erste januar bis jetzt also in 16 tagen 10.000 leute ihr müsst bedenken er spielt auch eine hohe trophäen höhe er spielt nicht irgendwie von 100 auf 1000 oder so er spielt mal kurz wenn man 369 12 15 hast du nur 17 auf 1300 schon krass sollte wir werden mit sniper ein interview machen ja ein ausführliches interview wenn ihr also ich mache ein deal an euch kommt eine challenge an euch wenn wir die 1000 like schaffen machen wir wirklich so ein richtig krasses interview mit sniper wirklich wir fragen ihn jeden furz ja ob er mit socken schläft ohne socken schläft was sein ping ist welches gerät er hat welcher anbieter sein internet ist keiner werden die voll viele fragen stellen ja wenn wir 1000 schaffen ja verspreche ich euch also wenn ihr kein like da gelassen hat like da lassen und ganz wichtig ja luke abonnieren wer ist der beschreibung den kollegen supporten guter spieler ja sollte man möglich supporten unterstützen den kollegen und wenn ihr natürlich bock habt ja das überlasse ich euch gerne auch onkelmo abonnieren würde ich mich freuen es geht los ja letztes game für die 88.000 profi luke ich gebe da recht ja dandy und spike sind echt gut auf dieser map leute unglaublich der brawler ich habe kein geld mehr ok luki mit dem hypercharge ich bin hier gegen sandys ist echt gut auf dieser map also ist nicht einfach gegen das handy zu spielen muss ich sagen ok luki hat hier fett, nice fett gecarried, luki und hyra haben echt fett gecarried, man so, ok, hyra als starspieler, luki, zwei kills, viel damage oh, beide sehr identischen damage, sehr interessant, ja so, Leute, wir haben es geschafft, ja wir gucken uns das einmal an, wie das aussieht so, krass, und wir haben Colette auf 1000, äh, Entschuldigung, Janet auf 1216 Trophäen, ja und wir sehen uns kurz einmal, wie das aussieht so, luki schreibt was, luki schreibt, nice, wir machen einen Screenshot oh, luki hat auch Rang von 30 erreicht, sehr nice, so, wir gucken uns das einmal an so, global Platz 45, in Deutschland Platz 4 das sieht echt stark aus, ja, das sieht echt stark aus, wie gesagt, denkt daran, ja, Sniper ist hier auch im Call, ja, mit Sniper werden wir ein Video machen, ähm, Sniper pusht auf die 100k, äh, Sniper, du pusht 100% auf die 100k, ne? ich denke sogar, ich werde weiter pushen, war schon also, Leute, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare, äh, schreiben an Sniper, wir werden mit Sniper ein Video machen, er pusht sogar mehr als, äh, 100, also er überlegt mehr als 100k zu pushen, ja, wir wollen nichts spoilern, ich bedanke mich bei jedem ganz herzlich, der sich das Video angeguckt hat, der den lieben Luki abonniert hat, ja, der Onkel Mo abonniert hat, und ihr könnt auch gerne bei Sniper vorbeischauen, er macht echt krasse Shorts, ja, du machst jeden Tag Shorts, ne? ja, ja, jeden Tag, okay, er lädt auch jeden Tag einen Shorts auf YouTube hoch, ich werde auch seinen Kanal verlinken, schaut mal vorbei, grüßt mal alle ganz tief, ja, ich sag tschüss, Leute, peace, bye, Onkel Mo